Auf eins können die Amerikaner mit Recht sehr stolz sein. Sie haben jedes Jahr mehr Tote durch Schusswaffen als irgendein anderes Land. Okay, die Standarddienstwaffe für jeden, der im Büro der Sheriffs arbeitet, ist ein 45er Colts. Eine simple Faustfeuerwaffe mit Einzelschussabzug. Das ist eine gute Waffe. Die Winchester 70. Das ist ein Repetiergewehr, das wir für Schüsse aus großer Entfernung einsetzen. Das ist ein ziemlich schweres Gerät, aber da kommt auch ordentlich was raus. Wie Sie vermutlich selber wissen, ist das ein Maschinengewehr. Das Bushmaster A3. Und man sollte schon genau wissen, was man vorhat, wenn man so eine mächtige Waffe rausholt. Sonst spritzt alles durch die Gegend. Und vielleicht interessiert Sie zum Schluss ja noch eine meiner eigenen Waffen. Ich habe eine kleine Privatsammlung, so 2000 Waffen. Das ist die Barretta Kaliber 50. Die größte halbautomatische Waffe, die man kaufen kann. Ein echtes Monster. Wie langweilen die Waffen mich jetzt. Ich brauche was zu trinken und gehe mal kurz duschen.